Knochen-gesunder Lebensstil Wenn es um die gesunde Haltung unserer Knochen geht, kommt dem individuellen Lebensstil eine ganz besondere Bedeutung zu. Wer trotz Hektik und Stress im Alltag nicht auf seine Knochen vergisst, hat deutlich bessere Chancen, seine bzw. ihre besten Jahre frakturfrei zu verbringen. Tatsächlich braucht es in Punkte Lebensstil nicht allzu viel, um dem Knochenschwund vorsorglich die Zähne zu zeigen. Auch im Hinblick auf das Skelettsystem sind die wichtigsten Maßnahmen. Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung Worauf sollte man bei der Ernährung achten? Man isst, was man isst, dieser Satz gilt auch für die Knochen, und zwar von Kindesbeinen an. Letztlich sind die ersten 25 bis 30 Lebensjahre entscheidend für die Knochengesundheit, denn in dieser Phase bauen die Zellen mehr Knochenmaße auf als ab. Wer sich in dieser Zeit ein dickes Konto zulegt, kann später davon zehren. Das wichtigste Zahlungsmittel dabei ist Kalzium. Tag täglich gehen über Stuhl, Urin und Schweiß etwa 300 Milligramm Kalzium verloren. Zumindest diese Menge muss über die Nahrungsaufnahme wieder ersetzt werden. Ansonsten kommt es zu einem Kalziummangel, den der Körper zu beheben versucht, indem er sich an der Kalziumbank Knochen bedient. Da unser Organismus aber nur 25 bis 35 Prozent des in der Nahrung enthaltenen Kalziums aufnehmen kann, liegt der tatsächliche Tagesbedarf bei mindestens 1000 Milligramm. Experten empfehlen eine tägliche Kalziumzufuhr von 1.0001.500 Milligramm, wobei der letzte Wert für Frauen nach den Wechseljahren gilt, deren Knochenabbau durch hormonelle Umstellungen erhöht ist. Die wichtigsten Kalziumquellen sind Milch und Milchprodukte. Ein Liter Milch reicht aus, um den gesamten Tagesbedarf zu decken. Für alle, die auf ihre Linie achten, fettarme Milchprodukte enthalten genauso viel oder sogar mehr Kalzium wie normaler Käse und normales Joghurt. Weitere wichtige Kalziumliefernden sind frisches Gemüse, Obst- und Getreideprodukte. Vor allem in grünen Gemüsesorten wie Fenchel, Brokkoli, Purée und Grünkohl ist das wichtigste Knochenbaumaterial reichlich enthalten. Gute Kalziumspender sind weiters kalziumreiche Mineralwässer, auch mit Kalzium angereicherte Fruchtsifte sind erhältlich. Auf solche Produkte können beispielsweise Menschen mit einer Milch zur Grundverträglichkeit oder Veganer bzw. Vegetarier, die keine Milchprodukte konsumieren, ausweichen. Allerdings nutzt selbst eine großzügige Kalziumzufuhr dem Knochen nur wenig, wenn es an Vitamin D fehlt. Dieses Vitamin, das eigentlich eher ein Hormon ist, sorgt dafür, dass Kalzium aus dem Darm resorbiert und in die Knochen eingebaut werden kann. Das praktische, Vitamin D wird vom Körper selbst gebildet, muss normalerweise also nicht zusätzlich aufgenommen werden. Allerdings funktioniert das nur mit Hilfe von UV-Strahlen. Unter ihrem Einfluss wird in der Hautsehner chemische Prozess angestoßen, der zur Herstellung des Vitamins führt. Dazu sind allerdings keine stundenlangen Sonnenbäder nötig. Um den Bedarf zu decken, empfehlen Expertinnen und Experten täglich eine halbe Stunde an der frischen Luft, am besten nicht allzu dick vermummt, damit das UV-Licht auch an die Haut gelangen kann. Konsequenterweise liegt der Vitamin D-Spiegel im Winter bei vielen Menschen in hiesigen Breiten unter der Normgrenze. Aus diesem Grund sollte man gerade in der kalten Jahreszeit viel Meeresfisch essen, eine der wenigen ergiebigen Vitamin D-Quellen. Die Wissenschaft ist sich einig, dass eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Vitamine die Basis für gesunde Knochen darstellt, und somit einen entscheidenden Faktor in der Osteoporose-Vorbeugung ausmacht. Allerdings gibt es auch Kalziumräuber, dazu gehören Lebensmittel, die große Mengen Phosphat enthalten, welches die Menge an verfügbarem Kalzium verringert, Wurstwaren, Cola-Getränke, Fast-Furt- und Fertiggerichte enthalten viel Phosphat und sollten daher nicht allzu oft auf dem Speiseplan stehen. Das gilt ebenso für Nahrungsmittel, die sehr reich an Oxalsäure sind, dazu gehören bestimmte Gemüsesorten wie Rhabarber und Spinat, aber auch Kakaoprodukte wie Schokolade. Ebenfalls nicht gut für den Knochenstoffwechsel sind Alkohol und Nikotin.